ich nehme wieder du hast jetzt keinen bock auf rot kann das sein? ja hast du schon viel verloren hast du schon viel verloren ja ich glaube ich bin da dran ich glaube im roten ach guck mal direkt erster wurf hihi alter lass mich mal ausreden nö kein bock nee ich habe hier nur irgendwie so die fürchtung dass rot hier irgendwie das schwarze Schaf ist wie der Neger im Rassismus ja rot ist hier irgendwie der Neger bei rassistischen Leuten verstehst du schon ne? ja eigentlich schon ich bin halt schwarze Schaf ne? ne ja schwarze Zwerg ne hey man ja siehst du jetzt hat einen roten guten Start auch ein Computer das schwarze Schaf selber schuld nicht mein Problem soll ich dich schlagen? ja komm her ich schlag dich grün und blau boah du würdest mich tatsächlich schlagen nein ich schlag keine Frauen nein nein obwohl du bist ja keine Frauen ne? ha 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 witz komm raus bis zum zingeln zingeln geht nicht türklen Der Computer kocht so unheimlich lang, ich will auch mal wieder dran. Nein, das ist ein ordentlicher Scheiß. Ich will dich trösten, ja komm her, ich weiß auch schon mal eine ganz besondere Art und Weise. Ey, das Ding, ey komm, das kannst du aber allein machen, du kannst doch Hand anlegen, ich komm raus. Ich krieg langsam Hunger. Es hat am gebraten Hül mit Hühnchenfleisch und wehe, der rote Spaß kickt mich jetzt raus. Oh, ich mach mir gleich Pommes, Leberkäse und Rührei. Ich mag keinen Leberkäse, also ich hab keinen Leberkäse, wie meine Mutter Leberkäse macht, esse ich den Leberkäse, aber es ist nicht mein Lieblingsessen, sagen wir mal so. Leberkäse, schön angebraten mit Paprika, Pulversüß, lecker. Da konnte ich mich reinsetzen. Jetzt dreimal gewürfelt. Oh-oh! 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 Weg ist er! Flieg! Eins. A. A. Zwei. Bleib ich lieber dahinter. Halte Gelb auf, los! Wie denn? Wie soll's einen rausschmeißen? Der ist hinter mir! Ich kann den nicht rausschmeißen! Ja, das will ich! Du sollst dir auch den Wechs machen und ihm hinterher! Hm, ich hab grad eher ein anderes Problem hinter mir! Hä? Oh-oh! Also, ich krieg einen raus! Ja, dann Steinen! Holden! Wäh an den Wechs machen! Villess, bin jetzt aber zwei Sechsen, und dann haust ich ihn um. Ach gut. Woahh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ich will auch wieder nach vorne springen! Ich knocked rein der Roter Z proud out of! Das auch was-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Er hat und da vorne gepusht. Der ist noch ganz am Anfang gewesen und schnutscht jetzt am Ende, gell? Tja, soll mal vor- Wenn mal was passiert, ach, ich darf noch mal rüffeln. Hast du ein Glück, ne? Oh, scheiße. Ey, das endet nicht gut. 6, 6 und 1, 6 und 1, 6 und 1, 6 und 1, komm, bitte. Ey, kannst du 6er Woche leid machen, gell? Hm? Die 1, fass... Ja, die 1, fass... Boah, ihr wollt mich doch verarschen. Ey, ich komm hier in so riesen Schritten voran, ne? Sogar voll lustig, echt so. Ich muss mal hier auf ein Spiel oder so einen Tick leiser machen, der ist zu laut. Ich hab ihn ausgemacht. Ne, ich lass ihn an. Jetzt kannst du mal den leiser machen, ich mach hier oben nur den kleinen Klicker hier oben. Über den Windows-Sound. Ich mach den über Windows-Sound leiser. Ach so, ne, da hab ich keinen Bock drauf. Ey, ich komm nicht auf die Bonus-Sterne, ne? Ja, und vielleicht ist das ja auch gut. Und vielleicht, wenn du jetzt gleich draufkommst, ist es was Schlechtes. Ja, genau, dann tausche ich mit dem Blauen zum Beispiel in den Platz, ne? Zum Beispiel. Ja, das wär scheiße. Ja, das wär schon ein bisschen scheiße. Je nachdem, wie du welchen... Ja, für dich wär das gut. Ey, für dich wär auch scheiße. Du bist jetzt auch wieder so viel laufen. Ey, ich hab vorhin zweimal hintereinander gewonnen. Und jetzt läuft das so scheiße für mich, ey. Alter, das hat doch gerade erst angefangen. Mit eins an kommt man auch vorhin? Irgendwie nicht. Das wird schon... Irgendwie nicht so ganz. Nicht so ganz. Oh, ich hasse das. Oh, ey, super Platztausch. Ey, das hat sich nicht vollgebracht, ne? Ey, ich glaub... Ja, du musst... Ey, ich glaub, du tauschst immer mit dem, der vor dir dran war. Kann das sein? Ich hab bloß die Schnauze, jetzt, ey. Ne, ich wollt grad sagen, mir kommt's irgendwie so vor, als würde man immer mit dem... ...einen Platztausch, der vor dir dran war. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Nochmal alles würfeln. Geht doch. Ey. Wir haben jetzt ein 1, 2 oder... ...ne 5, so ist wie geht's. Naja, hinter dir. Hast du Glück gehabt. Das Glück ist immer hier mit den Doofen. Bitte, ich flieg jetzt zurück, nein. Wow! Geil! Das brauchst du noch hier. Dann hab ich sicher. Keine 4, keine 4, keine 4. Scheiße. Wir kommen hier noch. Soll ich nur auf der 2? In der 2? Ich bin drin. Zwei oder höher? Bitte nicht, bitte nicht. Soll ich vorher noch kicken? Oh mein Junge. Das Ding würde mich verarschen, oder? Du kriegst doch auch drauf. So, wir sind einen schon mal gekickt, ey. Ey, das ist jetzt gerade ne Scheißrunde für mich, ne? Aber so richtig. No. Arm ist tuf, tuf. Hm, ganz arm. Alter! Soll ich dich trösten? Ja. Oh. Trösten und nicht nur Ohr sagen. Ich kann ja nicht durch Team Speed zu dir rüberspringen. Ey, aber geil. Komm her. Komm her. Komm her. Komm, ich durch den PC zu dir angeflogen, schmeiß die vom Stuhl runter. Ja. Ja. Aber wieso vom Stuhl runter schmeißen? Dann hast du noch vor. Wenn du durch den PC durchkommst und ich da richtig durchfliege, dann führ ich hier voll gegen die Stuhl an und dann kippt wahrscheinlich der Stuhl um. Oh. Ich muss mich leben. Ja. Oh, ja. Ja. Oh, scheiße, der Geld ist auch ganz schön weiß vor. Ja. Äh, bringt mir alles nix. Oh, nee. Lauf. Lauf. Ach, wie gut, dass ich nicht mit dem eingelaufen bin. Mhm. Ich wäre sonst jetzt geflogen. Ja. Das war jetzt nicht so schwerwiegend. Ey, wäre für den roten aber optimal. Der rot kommt nämlich gleich ins Häuschen rein. Wie hieß er? Zack, drinnen. Ja, passiert. Ey, der runde sah ich aber gerade gut ab, ne? Ja. Computer halt. Höhöhöhöh. Herz. Ey. Ihr würfelt die geilen Zahlen. Und ich? Ich gucke hier noch am Anfang rum. Ich würfel zwischendurch auch immer nur die kleinen. Das hat's jetzt gebracht. Also die Bonussi sind hier gerade, was für'n Arsch, ne? Ja, irgendwie schon. War am Anfang besser. So, weg mit dir. Hau ab vom Feld, ey. Hast nicht verdient, hier zu bleiben. Richtig schlank. Oh ja. Ja. Hose runter. Arsch was wollen, komm her. PING! Hose runter, Beine breit. Nackig sein ist ne Kleinigkeit. Boah, ey, das Spiel hasst mich. Ey, was soll ich denn sagen? Du hast übrigens schon welche drinne. Oh, jetzt will ich ne 6er. Mach mal hoch. Wuuu. Yay. Jetzt musst du noch die roten rausschmeißen am besten gleich. Ach komm, ne 3 kriegst du doch. Ne 3 kriegst du doch. Vielleicht würf ich ne 4. Und ne 4? Na, ne 4 dürfte ich wahrscheinlich wieder zurück. Vielleicht. Vielleicht doch auch nicht. Naja, wer weiß. Okay, ne 6er. Die 3 hätte ich den gebraucht. Die kann sie jetzt aber nicht nutzen. Dein Ernst? Ey. Na komm, geh wir doch nicht, ne? Du hast deinen Spaß, ne? Ach, ach toll. Alter, hast du mir schon gelegt. Du kugelst dich gleich bestimmt. Alter, der kriegt das noch mit 6. Und ich nicht. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ach, ich hab da unten ja noch einen. Den soll ich mal in die Sicherheit bringen, ne? Na, wäre vielleicht gut. Sonst hat der Gelbe ihn gleich. Mhm. Doch. Oh, kein glaube ich, daneben. Jetzt hast du die 3. Ahaha. Ja, kann aber nie sein Kicken. Hm, leider, gell. Komm, noch mal eins. Ne, ne 4. Da haben wir eine 1. Ich trage mir gerade mal die Hand gegen die Stirn, gell. Der kriegt schon einen Pikammus-Tex. Doch, man will mich eigentlich verarschen. Bitte bis zum Spielende komme ich hier nicht mehr raus. Na, komm rein mit dir. Ja. Ja, und tschüss. Ja, und tschüss. Oh, wenigstens schon mal den ersten drinnen. Oh. Aber die anderen 3, die gucken alle noch am Anfang rum. Dann gucken sie halt am Anfang rum. Ja gut, ich hab's übrigens schon mal draußen, ne? Du hängst noch komplett im Häuschen. Ja, mit 3 Stück, eine ist der drinnen. Alter, wollen die mich verarschen? Ja. Hm. Hm. Komm, glaub den gelben auf die Tür. Ja, hinf ich mit dem auch. Ja, ich will eine 4 haben, damit ich den da hinten kicken kann. Ja, die gelbe kann jetzt aber auch weiterlaufen. Ja, nur was er vor hat. Oder er nimmt den hier vor, ne? Das wäre wahrscheinlich vernünftig, ja. Ich glaube, es klingt gleich niemanden um. Nee, 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 nee. Alter. Ich quäl dich. Wenn ich irgendwann zu dir komme, dann quäl ich dich. Okay. Das soll. Das wird kein angenehmes Quälen sein, gell? Nicht das, was ich denke? Hm? Nicht das, was ich denke? Nein. Es geht einfach nur so. Schade. Oh, noch besser. Ich fessel dich an den Stuhl, gell? Du deinen Mund zumachen, also auch so zu fesseln, und fühl dich den ganzen Tag über irgendetwas gucken, was du abscheulich hast. Twilight. Oh Gott, das lässt du dich gucken, den ganzen Tag über. Ich mag auch kein... Ich begeh Selbstmord. Ich mag auch kein Twilight, das ist das, ich würde dir nicht sagen. Ich habe mir die Filme mit meinen Schwestern und so angeguckt, gell, weil... Mir ist einfach so, wenn die sagen, komm mal mit Kino, gell, und ich sage nein, und mein Vater will ja eigentlich lieber, dass ich mal rausgehe, dann kommt das ein bisschen scheiße, ne? Schon wieder eine Sechse. Ja, klar. Jetzt kommen die Sechse, ne? Also, ich musste damals Twilight mit meiner Ex zusammen im Kino angucken. Hast du bestimmt irgendwann gesagt, ich muss mal aufs Klo um Disney wiedergekommen? Beim dritten Film habe ich im Kino gepennt. Beim ersten Teil wollte ich schon selbstmordbegehen. Das ist irgendwie langweilig. Keine Ahnung. Warte mal kurz. Und beim zweiten Teil habe ich fast die ganze Zeit mit meinem Handy gedaddelt. Naja, also ich habe schon... Warte. Mein, 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 mein... Ich habe schon wesentlich besser ausgesehen. Also Twilight, nein. Das ist ein absoluter Mädchenfilm. Ich finde ja, fuck you, Goethe, geil. Habe ich noch nicht geguckt. Das ist geil, ey. Du lachst dir voll den Arsch ab. Voll leise. Das ist ja so ein Verbrecher, gell? Der so als Friara macht, um sein Geld zu kriegen. Mhm. Dass er seine Freundin da leider irgendwo versteckt hat, gell? Und er hat dann diese schlimme Klasse bekommen und hat dann so mit Paintball auf die geschossen, weil die nicht in die Klasse kommen wollten. Und jetzt eine Mädchen fängt in der Klasse dann an zu heulen. Und dann sagt er... Würfel lieber. Hä? Ah, okay. Ja, und dann hat er auf einmal so gesagt, heul leiser Chantal. Heul leiser Chantal. Du wirst dir die andere Lärmung sagen, auf einmal siehst du nicht, dass deine Schülerinnen heulen. Darauf sagt er nur heul leiser Chantal. Voll geil. Ey, da ist so viel Scheiße dabei. Das ist so... so einen lustigen Film habe ich schon seit langem nicht mehr gesehen. Das muss ich wirklich sagen. Und? Vier. Alles scheiße, ne? Ja. Und wisch mit dem hier. Lauf. Lecki, lauf. Lauf, Zwerg. Lauf. Lauf, Schlampe. Lauf. Muss ich gerade irgendwie an den Herr der Ringe denken. Mein Schatz. Hobbit sind ja schon fast Zwerge. Ey, aber du weißt wenigstens eines, wenn du mal irgendetwas in Sicherheit kriegen sollst, gell? Irgendetwas, was dir wichtig ist oder was wertvoll ist, kriegen es zu Gollum. Stimmt, der kümmert sich gut drum. Ja. Und kriegst du auch nie wieder. Ja, wahrscheinlich. Gibt's nur ne, was weiß ich, ne Playstation 4. Mein ist Playstation 4. Gut, ich kenn so einige Leute, die die schon so sagen, so mein PC oder irgendwie mein Playstation. Hier kenn ich so einige Leute, die sowas machen würden. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag's nicht, wenn Leute einfach an mein Handy gehen. Da bin ich auch irgendwie total am abfacken. Das mag ich zum Beispiel. Also, wo ich immer durch, oder zumindest was ich immer machen würde, würde wahrscheinlich mein Tabak. Was? Tabak. Oh. Rauchen. Oh Gott, ja. Ja, rauchen. Ja, rauchen. Um mich herum sind nur Raucher, ey. Das ist so schlimm. Ja, Entschuldigung, weil ich Raucher bin. Ist okay. Wie sagst du damit überhaupt angefangen? Gruppenzwang? Ja, so in der Richtung kannst du gehen. Misch der Gruppe immer wieder setzt. Ja, ich war schon... Ich anfangs auch, aber irgendwann nicht mehr. Du musst es nochmal so sehen. Guck. Ich war dran gewöhnt, dass man mich mobbt. Also, wieso sollte ich noch versuchen, da hineinzukommen? Das ist so schlimm. Oh, nochmal... Oh, eine 6. Und direkt eine 6. Hey. Hallo? Wow! Wow! Das ist mal ein guter Zug! Ich muss das nochmal würfeln! Ja, weil ich einen 6 hatte. Jetzt geh ich mit dem nämlich rein. Boah! Das war mal ein guter Zug! Der stand am Start und den hab ich reingebracht. Yes! 6 und 1. Also du kannst hier auch strategisch vorangehen. Brauchst aber ein bisschen Guck dabei. Arschloch! Dankeschön! Haha! Nee, 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 nee! Ich muss dir noch so vorstellen, dass du mit dem Finger... Wer hat's jetzt gebracht? Ja. 1. Ich bin die Nummer 1. Yeah! Bitte keine 2! Bitte keine 2! Bitte keine 2! Bitte keine 2! Alter, was ist denn da oben für ein Farbenspiel? Wo? Da oben, gerade. Was für ein Farbenspiel? Rund, Gelb, Blau. So schön. Wär grün gewesen, hätt ich gesagt, wär ne Ampel. Was ist irgendein Scheiße? Lauf! 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 Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Geld keine 1 würfelt. Oh Gott sei Dank! Wow! Wow! Juhu! Hast du ein Glück, ne? Uh oh! Pum! Ja, nein! Nein! Ja, du musst aber auch noch rausfliegen. Ah, aber wird schwer. Wo macht man das? Ja. Im Moment haben keiner hinter mir. Außer du und der kommt raus. Scheiße! Äh, ich muss rausholen, stimmt. Du musst aber nicht frei machen. Nein! Oh nein! Der Gelbe würft keine 6 und keine 1. Oder wenn's ne 6 ist... Wenn ja, fress ich ein Wesen! Oder du musst es so sehen. Er darf ne 6 würfeln, aber keine 1 danach. Ich bin aber immer noch viel zu nah. Ich bin immer noch viel zu nah. Ich bin immer noch viel zu nah. Ach, ist das dein Ernst? Ich hab nix anderes machen! Du lebst gefährlich! Du lebst gefährlich! Oh! Oh! Ich hab nix. Brauuuub, gelber! Hieee? Kikg mich doch einfach! Dann hast du schon mit dir ... Scheißwürfel! Ich hab nix ... Oh! Nein! Was war denn rotgekickt? Ach! Doch ne, er musste rausuhen, zum Glück! Ich hab nix um ... Oh! Ich werd nicht gleich noch von rotgekickt. Wetten! Ah oh! 1, 2, 3, 4, 5 Ich will jetzt aus Der Gelb ist viel zu nah Ich hab Angst Ja ey Ich bin drin Komm eine 3 oder 5 Ich gewinne, ich hab doch noch Eine 1 Kennst du, wenn ein Grab dich so panische Angst breit macht, weil der andere so nah ist immer und selber nicht vorbeigeht Eine 1, nein, oh ne, da ist ja gar keiner drin, dann ist das ja egal Oh, er hüpft über mich weg Oh, jetzt wiffle das 6 auf, man, du Noob Ja, ich bin aber wenigstens im Haus drinnen Das ist das Wichtigste Bei dir sieht's gut aus Ich kann mal 1, 2 oder 3 anfangen Der einzigste, der mich gerade noch kippen kann, wärst du, wenn du rauskommst Ja Oder so ein Plätze-Tausch Das ist aber immer Zufall Noch weiter zurück Äh, der dauert gerade kein Glück, ne Oh ne, ich wüsste nicht, wenn du rauskommst, der läuft ja gerade rückwärts Mann 1 Weil meine Figuren alle noch laufen könnten Darf ich keinen dreimal würfeln Oh, ich weiß jetzt, 2 oder 2 1er Oh, Gelb kann mich jetzt noch kicken, das ist scheiße Ja, den kann ich ja noch bewegen Crazy Hm Oh, Mann, no Ey, die 3 kriege ich jetzt, die hätte ich für mich gebrauchen können Oh, Mann, no Ist ehrlich, wenn man eine Zahl braucht, ne Ey, gleich haben alle 3 Stück Tümmen, gell Mhm Okay, dann so Ja, du musstest dich da bewegen Ja Ja, jetzt musst du auf diese 1 hinaus Du willst doch nicht Oh Gott, ich werd noch gekickt vorher, oder? Oh, ich darf gleich noch einmal würfeln Ich glaub, ich werd gleich gekickt Irgendwie hab ich wirklich so das Gefühl, dass ich gleich gekickt werde Ich glaub, du würfeln gleich noch die 1 Oh, Mann, oh Jetzt krieg der so jeden 2 Jetzt ist die beide ganz am Anfang Und ich krieg keine 6, ey Ey, Mann, gleich haben alle ihre 2, ey es müsste am besten noch rot rausgekickt werden dann wäre es voll fair ich muss nur zweimal würfeln habe ich gerade gar nicht mitgezählt ein spannendes spiel hier wahnsinn zwischendurch immer genau das was du gerade erwartet und zwar wenn du denkst so ich fliege hier noch raus fliegst du raus der rot liegen wir in der führung hinterher wie bei diesem kopf am arsch nach komm schon aber so spannend war unser mensch auch das spiel noch nie fein weil es erst unsere runde ist ich will jetzt nur eins ich will nur eins alle spielen sie mit einer figur nur noch die kippe die welt kann auch mit der zweiten er kann auch ein schritt nach vorne gehen ja da kommt ihr doch immer so lange zu würfeln bei mir ist das problem bei uno gewesen dass das irgendwie voll gespackt hat ich habe mir irgendwann noch mal ein spiel wo es bei keinem von uns beiden spackt ja hier mensch ärgere dich nicht ich dachte das spackt bei dir ein bisschen beim würfeln dass es so lange dauert der computer braucht zu lange zum würfeln ach so ja stimmt aber so spackt es bei mir nicht rum so läuft absolut flüssig bei mir auch hat bei mir überhaupt voll gelackt irgendwie eins ja mit eins dann kommt man auch ins ziel ne du bist der elfer der englische zu dicht auf er macht halt walkin on sun er will halt das trübe weg machen und du bist nur schwarz selbst schuld er kann lieber bei mir singen I'm walking on your front was? I'm walking on your front was heißt das? ich laufe vor dir also ich meinte jetzt ja eigentlich eher damit dass er dir hinterher läuft weil er dich jetzt auch irgendwie sunshine machen wir so nicht so 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 wie heißt das so jetzt habe ich die chance ihn zu kicken oh ja oh ja noch mal würfeln ich brauche eine 4 1 1 1 gelb hat's bald ne 1 1 1 oh flieg zurück flieg zurück achso der ist nach vorne BÄM weg ist er Juhu ich bin zurück NEEIN DOCH oh ey das ist viel kicke ich hätt ich mit mir platz tauschen müssen oh ich will keine 3 ich wollte ne 2 haben du schaffst kommt gelb raus und würfel ne 5 ja die 5 hast aber keine 6 du Idiot ey was heißt denn hier 5 willst du mich unbedingt kicken ja wir könnten doch jetzt tauschen jetzt wäre der perfekte Moment zum tauschen der nein doch wir wären beide vorne nein ja wir wären beide vorne aber ja dann wäre das Gute die beiden sind drin wer weiß wann die rauskommen du sollst aber nicht gewinnen wer von uns kommt als erstes rein das wärs doch nein ja ich soll zuerst reinkommen komm ne 5 ne 5 ne 4 scheiße ich muss auf die 1 hinaus scheiße boah ja tut nicht so lang würfel ihr Spasten die Helena regt sich grad ein bisschen auf ein bisschen ein bisschen ja ich war ich brauch ne ich brauch ne 1 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 Ich muss vorher noch kicken! Kannst du an mir vorbeihüpfen? Ich hasse dich! Nein, nein, nein! Ja, ja, ja! Nein! Scheiße, ich brauch diese Eins! Ich hab von Anfangs gespielt so viele... Ja! Alter! Ach, nö, jetzt ist es schon wieder draußen. Oh ja, Alter! Ich komm ganz schnell wieder hinter dir her! Und ich will Rot rauskicken, ey! Ich will, bevor du gewinnst, wenigstens noch die Rot rauskicken! Nein! Ey, seid ja alle drei hinter mir! Nein, nein, nein! Keine Eins! Keine Eins! Keine Eins! Ja! Ja! Nein! 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 Scheiße! Boah! Der Feld wird von hinten aufgeräumt! Oh, Scheiße! Ey, dann kannst du ein Rot gekickt, hab ich irgendwie das Gefühl! Lieber Gott, sei bei mir und schenk mir die Eins! Äh... Keine Eins! 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 Ja! 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 Arschloch, ey! Viele Frauen haben wegen mir schon deinen Namen gerufen! Hä? Und du enttäuscht mich so! So gerestet faktisch! Ja, genau, um Gott! Äh... Oh, Scheiße! Ey, alle drei, ey! Ja! Nein! 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 Jetzt hat's geschaut! Ich lösche Scheiße wie ich gehabt, ey! Wie fühlt sich das an? Scheiße fühlt sich das an? Genau! Boah! Ich brauche Nervennahrung! Äh... Oh! Äh... Äh... Er hat mal gelb und rot gekickt... Und rot auch gekickt! Ja, du kannst auch noch gekickt werden! Äh... Oh! Ich reche, guck mal! Gelb recht dich! Alter, die rollt von hinten auf! Äh... Äh... Ich reche gelb! Geil, oder? Ey, das ist ja Wahnsinn! Ey, wer hier gewinnt hat, steht absolut in den Sternen, ne? Mhm... Ey, man weiß nicht, wenn das hier noch weiter geht, ne? Komm, wirf die zwei gleich! Hast du mich, wegenst du gekickt? Das wär lustig! Ey, ich glaub nicht, ich würd dann, äh... Durchs Mikrofon krabbeln und aus deinem Kopfhörern mit... Als Spaghetti rauskommt und als Spaghetti-Form dich erwürgen! Äh, 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 äh... Ich hab das unheil dabei beschworen, weißt du? Hm... Ich sag doch, du darfst sowas nicht sagen! Das hab ich dir letztes Mal schon gesagt! Ach... Halt bloß, die Klappe, ey! Letztes Mal hast du gesagt, ähm, ich bräuchte ne 6, aber das ist ganz schwer zu haben und ich hab direkt ne 6 bekommen! Du darfst sowas nicht erhofft beschwören! Komm, halt bloß die Klappe! Jetzt kriegst du ne 1! Die 1, die du eben gebraucht hättest! Oh, schütten doch nicht! Komm, jetzt... Ey, die kickt mich gleich wieder weg! Äh, rot hat die 4, die ich wollte! Was hab ich dir damit angetan, Gott?! Was?! Und ich hab das noch nicht gebraucht! Oh... Alter! 5, 6! 5, 5! Ne, ich geh mir da nicht wieder! Ha, ha, ha! Ah, die Loops! Boah, ich darf jetzt keine 5 wissen, keine 5. Oh nein, jetzt bin ich wieder auf der 1, nein. Jetzt hast du das Problem, was ich hatte. Geld kriegt die 1. Oh man, du darfst jetzt keine 4 würfeln, ich hatte das Problem eben schon, du Idiot. Und falls du es vergessen hast, oh Gott. Ich weiß. Du darfst jetzt keine 4 würfeln. Nein, keine 4. Oh gut, gewinnt schon mal nicht, das ist wie schon. Nein. Nein. Wenn du vorbei läuchst, schaff ich es vielleicht doch. Ich liebe dich. Ja, ich mich auch. Boah, ey, das ist doch nicht wahr. Also entweder ich kriege jetzt eine 2 vom Rhein oder eine 1 und ich kick dich. Hm. Wann ich nochmal jetzt mal weg? Egal, aber ich kriege ich bin weg von dir. Ich weiß. Außer du hättest jetzt eine 4 bekommen, wär's da gewesen und wär's mir zurückgeschleudert gewesen. Ja, dann wär's gut gewesen, wenn ich hinter mir gelandet wäre. Ja, wer weiß, ob das passiert wäre. Nein. Kannst du nix mit anfangen? Toll, wird ne Rot kickt mich gleich. Der optimale Fall wäre es, wenn ich einen Eintriff und dir die Plätze tauschen würde. Das wäre optimal. Ich glaube, ich würde dich killen. Hast du Glück, ich bin drüber weggeschränkt. Oh Gott, ich glaube, 2 kriegt mich noch. Wollen wir mich noch mal? Hä? Darf man noch mal 6? Ich nummer würfeln, nummer nur. Nur wenn du die 6 benutzen kannst. Oh, wie scheiße. Ey. Will er mich verarschen? Guck dir, was er einen Zugang zurückgelegt hat, ey. Wahnsinn. Ey, wird ein Rot. Ey. Nein. 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 Oh Gott. Oh Gott. Ich spüre deinen Puls bis hierhin. Bitte, 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 bitte. Ey, diese Schallwellen kommen bis hierhin, ne? Bitte, wir öffnen keine 2. Diese 2 meinst du? Ich will nicht schon wieder zurückfliegen. Oh Gott. Oh Gott, sei Dank. Sieh so, Gott. Sie ruft meinen Namen. Äh, ruft deinen Namen. Durch mich. Fühl dich geerbt. Ich würde mich überlegen, wenn wir zu einem Teil meiner Familie hochkommen, würde ich auch wissen, was die denken, was ich hier mache. Ich habe mir in der 2. eine große Chance gehabt. Komm, Gabe, würfel gleich eine 5. 5. 5. 5. Oh Gott, sei Dank. Ja, jetzt sind sie alle vorbei. Jetzt kann keiner mehr gekickt werden, oder? Alter. Ja, das ist aber auch jetzt am Anfang wieder. Ich kann aber nochmal Geld kicken. Hä? Ich kann Geld nochmal kicken. Das ist auch was, ne? Oh Gott, Rot kommt gleich rein. Kann aber nicht. Hm, guck, wir sind in der gleichen Lage. Wettenrot kommt als erstes rein. Hm, du fühlst dich auch. Ey, 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 Leute. Am besten, wenn wir kriegen die ganze Zeit hier. Du und Gelb kommt noch ganz durch. Gerne, dann sind wir alle hier auf dem einen Punkt und versuchen auf die Eins zu kommen. Jo, das wäre mal was Lustiges. Das wäre doch mal epic, oder? Pass auf, gleich hängen sie alle auf. Wir brauchen eine Eins. Und keiner kommt rein. Guck mal, ich kriege hier eins. Oh Gott, du. Du, das bringt es mir auch voll. Wieso dufst die Gelb auch? Alter, als ich eben die 6 gewürft hatte, dürfte ich nicht nochmal würfeln. Noch eine Runde? Ja. Mach du mal auf. Ey, aber mich nervt das gerade. Eben als ich die 6 hatte, dürfte ich nicht nochmal würfeln. Was soll denn der Scheiß? Warte mal kurz, ich geh mir mal kurz meine Pommes schon mal in den Ofen schmeißen. Ja, aber was soll die Scheiße? Das ist das, was ich eigentlicher der Scheiß? Genau. Was soll die мне Oh, wie, es sind keine Spiele mehr übrig. Hä? Helena? Ich bin auf WKW, was ist? Äh, möchten Sie ja... Du bist irgendwie raus? Hä? Komisch. Soll? Na, muss ich nochmal das Spiel aufmachen. Auf geht die wilde Zwergenjagd! Attacke! 4, 4, 4. Ah, 4, 4, 4! Ich bin nur die Nummer 4. Ich merke das schon. 3, 5, 4. Guck mal, 5 plus 1 ergibt 6. Was darf ich draus? Hä? So? 5 plus 6 ergibt 1. Äh, 5 plus 1 ergibt 6. 5 plus 6 ergibt 1. Ich bin gerade... Mathe, das ist nie hoch 10. Alter, was habe ich mit den 4ern? Ja? Ja? Ja, sorry, ich bin gerade am WKW noch ein bisschen scheiben. Irgendwie wird es... Ja, das ist egal, du konntest es jetzt auch mal. Im WKW wird es gerade irgendwie voll pervers. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich muss mich jetzt jedes Mal daran erinnern, wenn du spielen sollst, oder wie? Ja. Du sollst dich auf das Spiel konzentrieren, oder wie? Ich will nur kurz einmal was schreiben. Dann schreib. Ja, das ist ein 3-App-Greif. Schreib um dein Leben. Ich bin so weit nach vorne gesprungen. Bist du fast im Haus. Äh, du bist? Ja, ich bin immer noch am Schreiben. Es sind 3 RPGs und ich tue leider vorher nachdenken, bevor ich schreibe. Du Arschloch. Ich glaube, ich auch lieb. Nee, ich ist gerade irgendwie nicht. Ich habe mich gemerkt. Ich war fast im Haus, ey. Und dann... Rot kommt nicht raus. Der hat Sperrzone. Der hat so einen Maschendrahtzaun drum, weißt du? Äh, achso, ja, achso, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du hast mir nicht wirklich zugehört. Nein. Gut. Also, wir waren uns schon mal einig. Es hat nur irgendwas mit, äh, irgendwas kommt nicht raus und Maschendraht. Ich tippe mal auf Rot kommt nicht raus und da ist halt der Zau drum. Sie hat aufgepasst. Wurde du mir das logisch gedacht? Ja. Geil, ne? Oh ja. Kicher, Kicher. Geil. Äh, Kicher, Kicher. Äh. Du brauchst nicht Kicher, Kicher zu sagen, weil... Ich höre dieses Kichern. Nee, ich denke nur gerade an, ähm, an Thaddeos, wo, ähm, Spongebob, ähm, Patrick und Thaddeos da gesessen haben. So Lagerfeuer, gell, und die beiden röpsen, und der Theos macht röps. Achso. Singt das Lagerfeuer, die, das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-Lieb. Kannst du das nicht? Nein. Kann ich auch nicht. Ich bin schlecht im Buch... Muss man nicht können. Kann ich auch nicht. Ich bin schlecht im Buchstab hier. Boah, ich will ne 6 haben. Ich will ne 6 haben. Oh, Spassi. Kriegst du nicht. Was? Ich bin ja noch einigermaßen sicher hier. Was machst du denn Geräusche? Ich hab voll die Langeweile. Ich darf gleich nur keine 5 würfeln. Alles kann ich gebrauchen, nur keine 5. Ne, ich glaub nicht, dass du ne 5 bekommst. Guck, bist drin. Und tschüss. Nur einen ersten drinne. Okay, jetzt darfst du trotzdem nur einmal würfeln, bis du ganz hinten drin bist. Oh, irgendwie hab ich keine Lust, aber ich probier's mal. Irgendwie war mir das voll klar. Scheiße, ich weiß nicht. Wie heißt das Musikinstrument nochmal, was das, diese Geräusche macht? Ähm. Ähm. Ja. Ich glaub ich, dieses große Horn, ne? Was die in der Schweiz abnutzen. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Das ist das Problem. Ich weiß grad auch nicht. Blasrohr. Das heißt bestimmt nicht Blasrohr. Wer weiß. Das heißt nicht Blasrohr. Ja, ihr Frauen, ihr kennt Blasrohr als anderes Instrument. Oh, jetzt benutzt ein Blasrohr. Ja. Wolltest du schlagen? Was hat's jetzt gebracht? Oder vielleicht wirst du auch immer mit dem vertauscht, der am weitesten vorne ist, im Prinzip. Oder halt. Ich hab keine Ahnung. Wirklich wär's. Ich hab viel lieber rot rausgeschmissen, als dass ich mich bewegen musste, gell? Das ist ja so. Äh. Ich hab wenigstens schon mal einen drin bekommen, aber nicht vorwärts. Ahahaha. Ja, genau diese Teil brauche ich. Ne, diese nicht. Oh, Mann, oh. Rot hinterher. Oh Gott, 6 kickt mich jetzt. 6 kickt mich jetzt, ja klar. Alter. Du schaffst das. Du schaffst das. Wie kannst du hier nur einmal würfeln? Ah, Mann. Das ist scheiße, ne? Ey, mit den ganzen Zeiten, die ich gerade schon gewürfelt habe, ne? Hätte ich einmal komplett rumgehen können. Oh Gott, es traue ich mich nicht, auf deinen Platz zu gehen. Das ist immer noch zu gefährlich. Ey, passt richtig. Der hüpft ganz rein. Yeah. Ich kann endlich dreimal würfeln. Juhu. 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 It's me, Mario. Adé. It's me, Mark. Me, Mario. Ne, Mark. Guck mal, mit 1 an, komm mal auch voran. Ja, jetzt krieg ich direkt eine 6, ne? Auf Anhieb. Jetzt kommst du auf einen der Sternchen, ne? Kommst du nicht, ach du armes Pushy. Ja, hier sind aber so viele Sterne bei mir gerade verteilt. Jetzt krieg ich eine 4er Wetten. Ich hätte dich umgebracht. Ich versuch's mal. Ich hoffe einfach mal, dass du keine 6 überwürfst. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kriegst du nicht. Das kriegst du wirklich nicht. Aha. Toll, jetzt hast du rot ganz da vorne, den roten Polytun. Ja, vor allem der am weitesten entfernt ist. Ich hab den roten nach vorne gebracht. So viel zu dieser Theorie. Alter, man kann sich doch mal irren. Ich dachte, das wäre so. Ich wollte, ich wollte jetzt nur deine Theorie widerlegen. Ich hab's gemerkt. Du bist mal wieder vorne, aber jetzt wird wahrscheinlich rot gewinnen. Außer ich kick doch raus. Nee. Hm? Na ja, wird wohl nichts. Doch. Oh. Wirklich was, soll ich's noch was sagen? Du Arschloch. Oh. Nein. Dum, dum, dum. Oh Mann, ich hab mich das jetzt aufregt. Ey, der hat jetzt nicht nur 2 bekommen. Ich glaub, ich hätt jemand. Das bürfelne 6. Und, 3. Und. Ja. Yeah. Nolle 6, geil. Ey, jetzt nur 1. Oh Gott, du Spasti. Du bist umzingelt. Du bist umzingelt. Ja, die haben ihre Köpfe zu tief reingesteckt, wo rein. Während die Frau ihre Tage hatte. Boop. Hm. Da ist Schinewittchen zu tief reingeguckt. Oh, ich hätt jetzt gerne 1. Ist jeder weiß, ich hätt jetzt wirklich gerne 1. Ja. Puh. Kommt jetzt in 5. Ja. So. 3, 4, 5. It's the 5, 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 it's the 5. Didi, didi, didi. Didi, didi. Didi, 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 didi. Äh, das traue ich mich nicht. Didi, didi, ey. Ach, ich versuch's. Ich hab Balls abgedrückt worden. Nee. Versuch mein Glück und hoffe, dass du keine 6 würfelst. Da. Das wird jetzt. Wow. Wow, ja, 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 ja. Schnauze. Schnauze. Ganz weit weg von der Rot. Ganz weit weg. Eine 6, eine 6, eine 6. Oh, eine 4. Ich brauch mindestens eine 4, da bin ich nicht sicher. Scheiße. Nein. Nein. Du bleibst ja auch wagemutig stehen, ne? Das ist mir scheißegal, wenn ich den reinkriege, lass mich meinetwegen rauskicken. Das ist mir scheißegal. Meinst du so? Ja. Wenn du nur in dich jemanden drinkriegst, prägt mir nix mit dem Anto weiterzugehen und mit dem ausgekickt zu werden. Das hat genau den gleichen Sinn, verstehst du? Mhm. Warte, jetzt krieg ich nur noch einen Sinn. Ja, kommst du wenigstens ins Haus? Ja, nicht wenn Rot hinterher kommt und mich vorher kickt. Verstehst du? Oder wenn du noch hinter mir herkommst und mich vorher kickst. So. Und tschüss. Gerade rausgeholt und schon ist er wieder drin. Die ganz arme Sau, weißt du? Oh, ja, ich bin drin. Oh, ja. Das kann jetzt irgendwie sehr perversen sein. Okay. Das ist, glaube ich, jetzt irgendwie sehr pervers, ne? Ja. Guck mal, du darfst den letzten Zwerg rausholen. Ach, ich muss rausholen. Und wo wurde dein Zwerg reingetunkt? Ein Teer? Nö, der hat sich auch nur schwarz angemalt. Ganz sicher nicht, dass jemand schwarze Scheiße hat? Ja, doch, wenn er zu viel Eisen geschluckt hat. Mhm. Eistabletten. Ganz sicher, dass nicht in den Arsch gestickt wurde. Dann wäre der braun. Ich sag uns doch schwarze Scheiße. Ja, ja, hab ich ja gerade gesagt, weil wenn man zu viel Eisen schluckt, wird der ja gräulich. Oder Teer. Ein Teer reingetunkt. Geht natürlich auch. Und, schwupp. Ich bin dann in Blaubeeren reingetunkt worden. Lecker. Ne, du hast einfach nur ordentlich auf die Fresse kassiert. Da wäre mein Gesicht aber blau. Und nicht meine Kleidung. Die Logik, ne? Ja. Einfach nur diese Scherze hinnehmen. Und nicht nur korrigieren. Ich versuch mich heute aus allem rauszunehmen. Sonst hau ich dich gleich auch noch grün und blau. Ich glaube, du kriegst keine Mädchen. Du bist in dem Moment dein Mann. Oha. Ja, es gibt Essen. Wuuuuh. Warte. Wir haben gerade Platz machen. Ich gehe mal raus. Obwohl, das geht dann wahrscheinlich nicht mehr. Ne. Aber dann lasse ich ablaufen. Alles klar, bis gleich. Wir haben gerade alles, bis gleich. Wir haben hier Video. Wir erinneran, wie immer die gesamte Unterlagen. Vielen Dank.